New Yorkers haben jetzt drei Wegen zu stimmen. Doch passt? Persönlich auf Election Day? Persönlich bei Election Day. Die frie Stimmung geht tun von Oktober 24 bis 1. November. Man kann stimmen, wenn man will, auszumaden der Massen. Zu gefunden der Platz, wenn man stimmen, frei, rief dem Wahlbord auf 1866-VOTE-NYC. Oder rief 311. Oder geht zur Voting.NYC. Lange wahren in der Welt. Inzirme New Yorkers, inzirme Voters. Untertitelung des ZDF für funk, 2017